servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas ich sitze im auto und bin nach dem feierabend nach darmstadt gefahren werde heute eine runde mit dem bender babsi und dem jonas drehen noch ein anderer jonas den kennt ihr auch schon glaube ich aus ein zwei videos genau mal gucken was es hier gibt wir machen einfach ein paar chillige feierabendlabs bevor es nächstes wochenende dann zum drei länder enduro race an ration pass geht da seht ihr dann auf jeden fall auch videos davon also könnt ihr euch schon freuen auf nächste woche und genau wir schauen jetzt einfach mal was es hier gibt ich bin ziemlich müde ziemlich kaputt aber wird bestimmt trotzdem cool und ich wünsche euch viel immer viel spaß mit dem video und wird sagen let's go so erster trepp der ben vor mir und auch vor kapi also aka jonas es eskaliert schon wieder freunde und ich bin wieder in meinem horrorpedal jetzt way better also die trails katastrophal glaube ich hier das gibt es doch nicht jetzt es ist jetzt schon wieder komplett katastrophen abfahrt hier was sagen sie zu dieser geschichte schon wieder hier es ist gefährlich kapi zu rüber holen das ist nichts meckern das noch deswegen war der am babbeln die ganze zeit hinten so kapi der gute vor mir sendet die lines da ist der schweinehop und noch ein schweinehop hinterher da geht es inside über die steine motor style mit fuß raus das lassen wir da sieht man den trail fast nicht mehr vor lauter laub fühlt man sich wie im herbst das ist mir hier schon wieder zu wild jetzt ist der ben vor mir da habe ich wieder angst hinterher zu fahren erstens staub zwischau zweitens ist das ganz schön gefährlich mit denen hier da wird pedalliert hier da war klatsch oh jejuje tatwa klatsch schweine kurven hier ich sehe gar nichts zu staubig wie es hier ist oh gott oh gott Oh Gott! Ich habe gar nichts gesehen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Woo! Ah, wenn wir da einen holen hier... Oh Gott! Oh Gott! Wer war jetzt bei da oben? So... Ha ha! Kleiner blow-off! In der Kurve! Uh, da scheint die Sonne rein! Haha! Ist ja gar nichts! Sunkasten-Riding hier! Boah, da war's im Auge! Ja! ... ... ... ... ... ... Ich bin so happy, guys. Oh, Gott, ich sehe gar nicht. Ich bin so happy, guys.